Wir sind ein südoststeuerisches Familienunternehmen, mittlerweile mit meinem Sohn Matthias in der dritten Generation. Wir fertigen und produzieren mit ca. 50 ausgezeichneten Mitarbeitern hochwertige Möbel für den Privat- und Objektbereich. Unser Name steht nicht nur für ein Produkt, sondern für Überzeugung, Leidenschaft und Freude am Tischlerhandwerk. Wir verstehen uns als Manufaktur. Jeder Auftrag wird individuell bearbeitet, jedes Möbel ist ein Unikat. Bei Brödel geht es um Qualität. Ein hoher Anspruch wird an jedes Einzelprodukt gestellt, egal wie groß der eigentliche Auftrag ist. Sucht man bei uns in der Manufaktur nach einem Hobel, ist dieser schwer zu finden. Ersetzt werden althergebrachte Werkzeuge durch moderne Maschinen und Fertigungstechniken. Trotz dieser Maschinen setzen wir auf gut ausgebildete Handwerker, die wahre Freude am Tischlerberuf haben. Es herrscht ein sehr angenehmes Arbeitsklima. Man nimmt sich Zeit füreinander und hat wirklich Spaß an der Arbeit. Ein familiäres und persönliches Arbeitsumfeld liegt uns am Herzen. Die Ausbildung gilt bei uns als Qualitätsmerkmal. Darauf sind wir besonders stolz. Es gibt hochtechnologische Maschinen, aber auch die Liebe zum Detail ist gefragt. Wir sind Partner der Architektur. Wir verstehen unsere Aufgabe und Verantwortung darin, auf den Raum und die Menschen, die darin leben einzugehen, ihre Bedürfnisse umzusetzen. Die Firma Brödel hatte schon zu Zeiten meines Vaters höchsten Qualitätsanspruch. Dies ist auch heute noch elementarer Inhalt unserer Philosophie. Josef Brödel Senior war immer schon sehr neugierig. Mit seiner Spezialisierung auf Küchen- und Möbelbau hat er damals schon die Firma Brödel zu einem innovativen Betrieb gemacht. Wir arbeiten an echt coolen und spannenden Projekten. Von Südoststeiermark in die ganze Welt hinaus. Und der inverte следующ� Wirufen Kl dest油 Wir wissen, wenn Sie uns weitermatiz sind, dass Sie die Linke Wir glauben genau ahí, dass Sie bei starvenmübersetzen müssen. Untertitelung des ZDF, 2020